Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen. Hier ist der Achim aus Austin und das ist der Geek Talk Daily für Freitag, den 9. März. Heute dabei Oculus Rift, Uber, Snapchat, Saturn und Netflix. Beginntun war genau wie gestern mit Oculus Rift. Die hatten ja durch ein abgelaufenes Zertifikat ihre ganzen VR-Headsets gebrickt und logischerweise haben die sich gekümmert und es gibt jetzt einen Patch, den kann man sich runterladen, installieren und dann läuft das wieder. Sie haben sich natürlich auch entschuldigt und jeder Nutzer einer Oculus, der die seit Anfang Februar benutzt hat, der bekommt 15 Dollar Store Credit. Ob das so viel bringt? Ich habe keine Ahnung. Peinlich ist die ganze Sache, trotz allem, wie ich finde, immer noch. Und ja, also, wenn ihr einen Oculus Rift habt, ladet euch den Patch runter. Nächstes Thema, Uber. Bei Uber ist ja durchaus das Personalkorsel schon seit längerem sehr aktiv und jetzt gibt es schon wieder eine Neuigkeit. Denn Uber hat den bei Amazon für die Sprache und das Natural User Interface verantwortlichen, ja, Vice-Präsident war der, glaube ich, damals, Asaf Ronan angeheuert und der soll nun die Produktsparte bzw. das Produktteam von Uber leiten. Ja, finde ich auch wieder sehr spannend, denn, ja, Sprache, Riesenthema auf jeden Fall von Amazon zu Uber. Ich weiß nicht, ja, was Uber da im Kopf hat, aber auf jeden Fall scheinen sie den guten Mann für fähig zu halten. Und der wird jetzt, wie gesagt, das Produktteam leiten. Der bisherige Verantwortliche für das Produkt, Daniel Graf, der bleibt auch weiter an Bord bei Uber, wird Advisor und zieht sich ansonsten zurück und übergibt. So, nächstes Thema, Snapchat. Snapchat wird anscheinend jetzt endlich das Ad hinzufügen. Was bedeutet das? Das, was Instagram im November eingeführt hat, nämlich, dass man, wenn man Text in einer Story hat, mit dem Ad-Zeichnen jemanden verlinkt und dementsprechend auch ein bisschen mehr Reichweite dieser Person gibt. Und das kommt jetzt wohl auch bei Snapchat endlich. Auch da kann man im Text einfach Add und dann den Usernamen eingeben. Und, ja, es wird ein bisschen anders umgesetzt werden als bei Instagram. Bei Instagram kann man direkt drauf tippen, geht zum anderen Profil. Bei Snapchat kommt ein kleines Pop-Up oder Overlay, wie man es nennen will, mit ein paar Funktionen und dem Profil der Person. Das Ganze kann man unten erkennen mit dem More, wenn die Person verlinkt ist. Da muss man dann drauf tippen und eben nicht auf den Namen. Und das ist auf jeden Fall ein Feature, was viele haben wollten. Ich freue mich auch drüber. Und das sollte demnächst in den nächsten Updates auch auftauchen. Ja, Amazon haben wir ja gerade mal drüber geredet im Kontext von Uber. Die hatten ja ihre bargeldlose Filiale vor einiger Zeit eingeführt oder testweise eingeführt. Und nun gibt es zu vermelden, dass Saturn, also der Elektronikmarkt Saturn, auch seine erste kassenlose Filiale eröffnet hat. Und zwar in Innsbruck in Österreich. Ja, klingt erstmal ganz toll. Am Ende des Tages ist es aber so ähnlich wie der Apple Store. Also man geht nicht rein, nimmt was und geht raus wie bei Amazon, sondern man geht rein, steht am Regal und kann dann über eine App die Ware scannen und direkt mit der Kreditkarte oder Paypal bezahlen. Und dann gleichzeitig wird der Diebstahlmechanismus oder das Diebstahl-Sicherheitsteil deaktiviert und man kann mit dem gekauften Teil dann einfach die Filiale verlassen. Ja, also wie gesagt, es ist ähnlich wie bei Apple. Dort kann man das ja auch so machen. Und Saturn möchte das auf jeden Fall bis Ende Mai testen und dann mal schauen, ob das vielleicht auch woanders ausgerollt wird. Was auch demnächst ausgerollt wird, ist ein neues Update für Netflix und seine iOS-App. Und dort gibt es dann einen Vorschau-Modus im Hochformat. Normalerweise guckt man ja Videos immer im Querformat, auf dem Fernseher oder auch auf dem Laptop und beim Telefon und Tablet wird dann meist das Gerät einfach gedreht. Netflix hat aber erkannt, dass man gerade auch beim Stöbern auf dem Smartphone, oder besser gesagt genau auf dem iPhone, es geht ja um die iOS-App, das Gerät durchaus hochrand hält. Und dementsprechend wird es nun da auch Vorschau-Videos geben, die teilweise extra wohl auch dafür produziert werden und die man dann wie in einer Story bei Instagram oder Snapchat einfach weiterwischen kann. Ja, ich bin gespannt, wie das dann wirklich ausschaut und ob das auch wirklich angenommen wird. Denn der Kampf zwischen Hochkant und Querformat, der ist auf keinen Fall gewonnen bisher, glaube ich. Und ja, das war es auch für heute. Ich verabschiede mich ins Wochenende in die South By. Da gibt es bestimmt im normalen Geek Talk auch noch was zu berichten. Ich hoffe, ihr kommt gut durch den Freitag und habt auch ein tolles Wochenende. Und am Montag wird euch der Martin mit den neuesten News versorgen. Und falls ihr Lust habt und uns was Gutes tun wollt, dann hinterlasst uns doch gerne mal einen Kommentar und eine Bewertung bei iTunes. Das hilft uns, dass wir den Podcast ein bisschen populärer machen können. Ansonsten, wir hören uns gerne mal euer Feedback an. Deswegen auch via Twitter gerne an mich oder an den Geek Talk bzw. Geek Talk Daily Account oder unter die Shownotes in unsere Kommentare. So, und jetzt bin ich wirklich weg. Bis dann. Ciao, ciao. Hört mehr Geek Talk.